Heißt es im Refrain, wer die Braunschweiger Eintracht mag, der nimmt jetzt die Hände hoch. Ich hab nur noch drei. Ah, schade. Und dann heißt es, klatscht einmal kräftig zu. Und singt dann mit voller Kraft. Und dann kommt er. Mit voller Kraft singen wir, Eintracht ist super geil. Das könnt ihr hinkriegen, ja? Wir probieren das einmal noch kurz zusammen. Wer die Braunschweiger Eintracht mag, der nimmt jetzt die Hände hoch. Klatscht einmal kräftig zu. Und singt dann mit voller Kraft. Mit voller Kraft singen wir, Eintracht ist super geil. Und dann ist es wirklich stark. Und wer was anderes sagt, der geht uns am Arsch vorbei. Mein Gott, was sind wir wieder viel? Und alle nur ein Ziel. Die Hände fallen, die Stamm und schreit. Ich bin eben so supportbereit. Mein Gott, was sind wir wieder laut? Da sind wir wieder, da kommt was laut. Am Vortrag erleben sie nur vier. Vor roten Löffnung. Lied sie sich. Und wer den Braunschweiger Eintracht mag, der nimmt jetzt die Hände hoch. Die Klasseberg kräftig zu. Und singt dann mit voller Kraft. Mit voller Kraft singen wir, Eintracht ist super geil. Braunschweig ist Löwenschlag. Und wer was anderes sagt, der geht uns am Arsch vorbei. Wolfgang, wir zeigen euch, wie's geht, von Realität. Schaut her, da könnt ihr noch was lernen, das hättet ihr doch auch so gern. Und wenn die Zeichen stehen auf sie, wir sind klarer Verbund. Und wer den Braunschweiger Eintracht macht, der nimmt jetzt die Hände hoch. Und wer schlug und lädt nicht zu. Und singt dann mit voller Kraft. In voller Kraft singen wir. Eintracht ist super geil. Braunschweig ist Löwenschlag. Und wer was anderes sagt, der geht uns am Arsch vorbei. Und wer was anderes sagt, der geht uns am Arsch vorbei. So, der krasseste, so witzige Part noch mal einmal, was wir vorhin gelernt haben. Alle schlug zusammen, nicht mal auch mit. Wer die Braunschweiger Eintracht macht, der nimmt jetzt die Hände hoch. Klatscht einmal kräftig zu. Und singt dann mit voller Kraft. Mit voller Kraft singen wir. Eintracht ist super geil. Braunschweig ist Löwenschlag. Und wer was anderes sagt, der geht uns am Arsch vorbei. Und wer die Braunschweiger Eintracht macht, der nimmt jetzt die Hände hoch. Klatscht einmal kräftig zu. Und singt dann mit voller Kraft. Mit voller Kraft singen wir. Eintracht ist super geil. Braunschweig ist Löwenschlag. Und wer was anderes sagt. Und wer die Braunschweiger Eintracht macht, der geht uns am Arsch vorbei. Sehr gut habt ihr es gemacht. Dankeschön. Applaus Applaus Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.